so hallo wir machen weiter ist es denn die möglichkeit ich komme mal wieder zu vielleicht zwei drei parts oder so aufzunehmen ja ihr habt selber gemerkt die ging dann doch wieder recht schnell dass ich keine zeit mehr hatte und das wird jetzt auch nicht so viel zeit werden also je länger ich quatsche umso weniger zeit habe ich wir wir gucken einfach waren wir parts hinbekommen und war nicht na es hat aber auch so lange gedauert dass ich jetzt wieder aufgenommen habe dass er mich hier komplett ins hauptmenü verfrachtet hat ich habe keine ahnung wo wir stehen geblieben sind und ich hoffe jetzt einfach mal königlicher geheimgang 10 9 7 uhr 44 ebene von heirol auto speichern auto speichern auto speichern auto speichern teil der stummen statuen ja ich habe keine ahnung was wir zuletzt gemacht haben also wirklich nicht gehen wir halt dahin war ich hoffe der hat ich hoffe ich habe beim beenden gespeichert weil ansonsten habe ich keine ahnung wo wir sind ok ja was ist der plan für die parts ich würde gern die 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 story mal bisschen weiter mitbekommen im sinne von dass wir die wieso bin ich hier kann mir jemand erklären was ich hier mache also wir haben die erdmanipulation haben wir zu glaube ich zuletzt gemacht oder aber warum bin ich in diesem gang was wollte ich denn da wollte ich da hinten irgendwas ich habe keinen schimmer was ich da hinten wollte es ist ein sorry ich weiß es ich weiß es einfach nicht kann ich aktuell habe ich dinge zusammen wie sieht es aus wenn wir gerade schon hier stehen ich habe keine ahnung habe ich irgendwas zusammen fünf ja moin dann einmal bitte ausdauer so dann nehmen wir gleich mal wieder was mit ja also wie gesagt ich möchte eigentlich diese 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 story filme und so weiter mal zusammen bekommen da haben wir noch ganz ganz viel was aussteht ich würde es auch gerne versuchen das in der richtigen reihenfolge zu machen und ich denke wir haben auch mittlerweile genug teleporte in der welt um das hinzubekommen jetzt gucken wir mal in unser foto album vorausgesetzt ach so warte mal ich lösche das ja immer nach ich fürchte fast scheiße ich wollte gerade sagen ich fürchte fast ich habe das schon wieder gelöscht das ist suboptimal okay dann müssen wir erst den tempel wahrscheinlich gehen dann müsst ihr wahrscheinlich erst den tempel gehen weil ich würde gern die richtige reihenfolge einhalten von denen von der story das das ist der punkt das hier irgendwas wichtiges für mich ist irgendwo ausrufe zeichen bevor ich wieder gehe und es ist hier was das mit dir scheinbar nichts weiter hier da zu tun haben wir croc samen zum abgeben wenn wir auch das der ist jetzt im krockwald er ist ja nicht mehr hier da der hat sich als der hat sich ja der hat sich ja jetzt verabschiedet ja der ist jetzt nicht mehr hier ach komm holen wir uns noch kurz geld für neue brunnen wenn ich es nicht schon gemacht haben sollte ja laber mich nicht zu ein weiterer ja moin das hat sich ja richtig gelohnt das hat sich ja richtig gelohnt okay pass auf bevor ich jetzt hier noch länger rumtrödel ah das war die geschichte warum auch immer das jetzt ausgelöst ist wo ist denn dieses ding gewesen ach gott ich kenne mich nicht mehr hier war der hier war dieser tempel na ich will zu diesem tempel ne der war nicht hier warte hier ja hier hier war der so und da kann ich jetzt fotos machen und die behalten wir dann aber auch die löschen wir nicht mehr da muss ich aufpassen wenn ich mal wieder bilder lösche dass ich die nicht mit löschen weil das schlecht ist so genau und ja das war alles dahin und dann gucken wir mal was was noch so alles passiert weil wir könnten auch sollen wir in anbetracht der tatsache dass natürlich das alles hier wenn ich jetzt hier wirklich so versuche noch viel zu sammeln wenn sich alles in die länge zieht sollen wir erstmal versuchen richtung finale zu steppen weil wir ja alles zusammen haben für das finale also wir haben ja ach so ja wir haben ja master schwert und so ne hallo ich gott wie wechseln wir denn nochmal waffen nee so wo ist mein master warum ist denn das dahinten kann man das nicht kann man das nicht irgendwie sortieren dass das vorne auftaucht ah perfekt so wir haben ja master schwert und alles zusammen also eigentlich würde ich es ja fast fühlen wenn wir uns mal richtung finale begeben nach den filmen aber mal gucken was sich noch so ergibt vielleicht ergeben sich auch noch dinge ihr könnt mir ja auch schreiben wenn es noch irgendwas wichtiges für mich zu tun gibt was ich jetzt überhaupt nicht bedacht habe so jetzt ist erstmal die goldene frage ja doch man sieht doch doch man sieht die schon von hier man sieht die alle von hier okay sehr gut ich kann sogar noch ein bisschen ranzoomen sehr schön ja doch die sieht man alle perfekt so dann ist das das erste bild was wir brauchen und jetzt die reihenfolge den haben wir uns angeguckt mit dem ging es los und wie schaffe ich das jetzt ja ich da muss jetzt ein paar mehr fotos machen so also nachdem verzieht euch mal da danke ja da muss ich einfach jetzt mehr fotos machen nachdem kommt das tempelgebilde und die die switch nach der switch kommen dann die viecher da nein das nochmal dann kommt dieses schwert und diese dieses ding und die träne selbst und nach der träne oh ist nochmal ein schwert und irgendein kopf okay ich hoffe wir kriegen das jetzt also ich hoffe ich verstehe jetzt meine fotos wie ich sie gemacht habe so das heißt aber wir müssen als nächstes dieses ding uns hier angucken und dieses ding ist das kann ich jetzt ja einmal hier noch überprüfen und danach müssen wir das halt dann immer vom foto aus machen ist das dieses teil ja ne das ist das ding hier so und dieses ding ist ah da bin ich sogar theoretisch das ist das wo ich bin fast nein ich nehme ich gar nicht gar nicht gar nicht gar hier irgendwo ist das okay dann gehen wir jetzt hier zu diesem turm oder zu dem ja welcher turm ist denn warte ne hier ist der hier ist der das ist der und hier gegenüber ist der doch das ist schon da wo ich bin ich bin ja hier sie sind hier hier bin ich ja doch das ist das ist hier hier so dann ist der turm vielleicht sogar der bessere gehen wir zu dem turm dann gucken wir mal ob wir das sehen wenn wir uns hochschießen dann gucken wir mal ob wir das sehen ah die feen wollte ich auf jeden fall auch noch auslösen die feen und so kleidungsstärken wäre schon alles eigentlich auch noch sehr sinnvoll ah mein gott so ja da da ist es da ist es ich sehe es sehr gut es ist ja auch nicht zu übersehen sie sollen ja auch nicht zu übersehen sein so okay nein nicht ablenken lassen wir machen ich lasse mich jetzt hier nicht ablenken von von nix und hier so und da muss ich jetzt die träne so ich meine die sieht schon sehr verdächtig aus aber aber ob das genau die träne ist kann natürlich auch zufall sein dass das gerade so aussieht dass das gerade zufällig die mitte ist ich denke ich war einfach noch nicht nah genug dran würde ich jetzt mal eher vermuten ich mache es nochmal weg sehr gut ja aber doch das ist schon die ausgefüllte ne also das ist glaube ich genau in der mitte einfach dann ja okay das wäre dann gar nicht mal so wild diesmal die zu finden gar nicht so schlimm so ja doch das ist die das ist definitiv die okay cool ja dann dann ist das einfach gewesen sehr gut oh jetzt wird es kalt dann ziehen wir uns halt mal gerade um da ist die kleidung so nochmal der kontrollblick ja eindeutig okay sehr gut also dann erinnern wir uns kurz im ersten film haben wir gesehen dass selda dort aufgewacht ist in der vergangenheit also das war ja wirklich so der an hä ich hab doch mich umgezogen was willst du von mir soll ich noch mehr anziehen warte da so jetzt gibt es Ruhe ja also das ist sehr einfach gewesen diesmal soll mir recht sein gut dann let's go film start aber ich werde jetzt mich nicht muten ich werde das mit also ich will damit dazu kommentieren sonst vergesse ich wieder irgendwelche Sachen und wenn ihr die Filme einzeln sehen wollt dann guckt euch die Zusammenfassung es gibt ja ein Video da hat einer alle hintereinander geschnitten also das kann man ja auch das ist let's play ich kommentiere das so zumindest wenn mir was dazu einfallen sollte es stimmt dies ist nicht die Welt die ich kenne ja Vergangenheit ein Zeitalter aus Sagen und Legenden eine mythische Zeit hat es mich etwa in die Gründungstage von Hyrule verschlagen wir sind nicht minder erstaunt darüber werte Zelda doch falls du wie Sonja mit deinem Mysterienstein über die Zeit herrschen kannst wäre es tatsächlich denkbar Nanu ich habe ihr sofort geglaubt auch ganz ohne den Mysterienstein Rauru ich spüre in ihr sowohl meine Zeitkraft als auch deine Lichtkraft und vor allem fühle ich deutlich unser Blut in ihren Adern das stimmt doch sag werte Zelda du willst zurück in deine eigene Zeit und das so schnell wie möglich wenn ich dich eben richtig verstanden habe ja die Zeit aus der ich komme etwas Schreckliches wird geschehen deshalb muss ich schnell zurück aber wie nur ich weiß ja nicht einmal wie ich überhaupt in die Vergangenheit geraten bin Zelda Liebes du darfst vor allem nicht den Kopf verlieren komm erst mal mit in unser Schloss ja nein ich will doch wir stellen dich allen als eine entfernte Verwandte vor was ja gewissermaßen auch stimmt und frische Kleider kriegst du auch es wird sich schon eine Lösung finden kommt Zeit kommt Rat ich danke euch von Herzen Moment Minero sie könnte einen Weg kennen dich in deine Zeit zurückzubringen Minero kennen wir die? Minero sagst du? ja glaube ich nicht niemand von uns verkörpert die Weisheit der Sonau wie sie genau wie wir ist sie im Besitz eines Mysteriensteins sie ist meine Schwester okay also Sonja hat auch den Mysterienstein den Zelda jetzt hatte weiß man wie Zelda an den gekommen ist ich weiß es gar nicht mehr okay gut also das man merkt wirklich dass man die schon in der Reihenfolge schauen sollte ist ein bisschen ungünstig dass wir den von Ganondorf dann schon gesehen haben das ist eine Machtergreifung aber hey das ist halt passiert gut ähm normalerweise gibt es ja hier irgendwo auch immer noch einen Krog in einem von den Dingern soll ich den jetzt auch noch suchen? müsste ich den nicht sogar mit der Krogmaske schnell finden? ach jetzt ist mir wieder kalt das ist natürlich schlecht und ich habe nichts anderes was mich warm macht ja Käse ja wir fliegen mal kurz drüber und gucken ob wir zufällig einen Krogli sehen aber wenn wir da jetzt nichts sehen dann ist mir das auch wurscht wobei der kann ja eigentlich nicht an der Wand sein also der kann ja eigentlich nur so ein bisschen unterhalb also so groß ist das Gebilde jetzt ja nicht wisst ihr wie ich meine? oh da oben ist gerade ein Dragon so an der Wand kann ja kein Krog sein also wenn es ein Stein ist den ich hochheben muss wie immer kann es ja nur auf einem Stück sein was ich auch wo ich auch laufen kann also das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein das zu finden sollte man meinen hier war das Ding ich frage mich gerade erstens welcher Drache das ist und zweitens ob man auf die anderen Drachen auch drauf kann ok ich finde jetzt hier keinen Krog ich will jetzt ich will jetzt eigentlich echt nicht ewig hier rum suchen nur für einen Krog ich sammle ja eh nicht alle ein das ist mir ein bisschen zu doof ich würde jetzt lieber mal testen wollen ob ich auf den Drachen drauf kann das wäre nämlich ziemlich cool hier kann man noch hoch und wenn der eh gerade hier ist könnte ich mich zu dem anderen Turm porten ich finde den Krog jetzt auf die Schnelle nicht wir fliegen nochmal runter dann haben wir aber alles überflogen na dann haben wir alles so ein bisschen über das kann aber eigentlich an der Wand ja nicht sein das muss ja hier irgendwo ach was soll's ok pass auf ich fliege zu dem Turm oder ne zu dem Turm glaube ich ist besser und ich glaube von dem Turm aus müsste ich ganz gut zum Drachen kommen wie lange nehmen wir auf 20 Minuten ich würde so gerne mindestens drei Filme in einer Folge schaffen wird wahrscheinlich nix das wird wahrscheinlich nix vor allem wenn ich mich wieder vom Drachen ablenken lasse aber wenn der halt gerade hier ist das muss ich jetzt schon ausnutzen so wo ist denn der jetzt da siehste passt perfekt oder ist es ist es der der Master Schwert Drache warte können wir ja fotografieren na können wir nicht ah das ist der Master Schwert Drache oder ich glaube das ist der Master Schwert Drache aber auch dann könnten wir gucken ob der wieder neues Dings neues Zeug für uns hat ja das ist der Master Schwert Drache ja ok ich lande trotzdem mal kurz drauf kann ich den eigentlich fotografieren habe ich den schon mal fotografiert ich weiß es gerade gar nicht ah ja Weißdrache ja habe ich ok hast du hast du neuen Staff für mich hier oh ja 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 Tatsache also die Weißdrachensteine wachsen na oha geil dann kann man die immer wiederholen oh mein Gott das ist ja oh ne 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 wir bleiben noch ein bisschen entspannt hier Kollege wenn du wieder hier neuen Staff für mich hast das ist ja saucool dass die Dinger nachwachsen hier sind keine mehr da ist nochmal einer oh zwei sogar nice sehr sehr cool das lustige ist ich weiß gerade dass ich sie haben will ich weiß gar nicht mehr was die können aber irgendwas konnten die cooles ich weiß nicht mehr was muss ich gleich nochmal nach ich weiß nur dass ich sie haben will ok ja aber wie gesagt die Frage ist eben die ob die auf die anderen Drachen auch drauf kann ob die auch irgendwelche coolen Steine haben so ein unvorstellbar hartes Mineral gewonnen aus dem Rücken eines Weißdrachen lässt verbundene Waffen selbst Herzen durchbrechen und heilt jenen der es ach das war die Geschichte mit dem Heileffekt ah ja 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 ich erinnere mich ich erinnere mich sehr cool also dann kann ich die nämlich verbrauchen das war das was ich ja das war das was ich wissen und dann kann ich die verbrauchen dann gibt es davon immer mehr gut so um meinen Plan zu vervollständigen kann ich irgendwie markieren was weg ist kann man das irgendwie nicht kann es nur löschen ok egal ähm jetzt müssen wir zu dem wo diese diese ja dieses Pad ist die Switch die Switch ist Moment Vollbild ich will es euch zeigen also ich sehe es jetzt aber ihr seht es noch nicht glaub nein ach ich kann es nicht zeigen ich dachte ich kann da vielleicht ranzoomen so und das Bild genauer anschauen ok aber ihr habt es gesehen es war ähm oben ich gehe nochmal zurück äh wenn ihr beim Schloss seid dann rechts davon da ist dieses das Switchbild also genau genommen ach so Minerus ich habe das schon angeguckt und ich sage noch ich kenne ok dann gucken wir das nochmal an ich weiß nicht mehr ich kenne das nicht mehr das war Minero ach doch ja interessiert sich für das pure Petsi kennt allerdings nur eine Möglichkeit zur Zeitreise die verbotene Drachenwandlung durch die man sich selbst Moment Moment wir gucken das jetzt nochmal an Drachenwandlung durch die man sich selbst verliert ich habe es mir einmal angesehen und ja das Gerät stammt eindeutig nicht aus unserer Zeit dennoch es könnte möglich sein die Teleportationsfunktion auch hier zu aktivieren ich kann mich nicht erinnern dass ich das gesehen habe dürfte ich es noch ein wenig behalten und mir genauer ansehen ja natürlich das wäre nett von euch Minero danke mein Kind also glaubt ihr mir nun endlich alles dass ich aus der Zukunft stamme daran bestand für mich nie ein Zweifel aber sag Schwester kennst du eine Möglichkeit wie Zelda zurückkehren könnte in ihre Zeit es lag sicher an deinem Mysterienstein das du durch die Zeit reisen konntest Steine wie dieser haben die Eigenschaft die Mächte jener die sie tragen zu verstärken mit meinem etwa kann ich meinen Geist auf Wanderschaft schicken Rauho hingegen vermag mit seiner Lichtkraft das Finstere zu bannen und Sonja gebietet gar über die Zeit selbst in dir Zelda spüre ich beides die Macht des Lichts und die Macht der Zeit der Stein scheint sich in erster Linie auf die Macht der Zeit auszuwirken die Macht der Zeit jedoch vermag er deine Macht lediglich zu verstärken deine Fähigkeiten verstehen und kontrollieren das musst du selbst das heißt der Stein kann dir keinen Weg aufzeigen den du nicht schon kennst alte Überlieferungen berichten von einem verbotenen Zauber der sogenannten Drachenwandlung wer einen Mysterienstein schluckt wird ein unsterblicher Drache auf ewig befreit von den Fesseln der Zeit interessant das wäre für wahr ein Weg um durch die Zeit zu reisen und du vermutest darin einen Ansatzpunkt zum finden einer Lösung wait a moment doch leider geht die Legende noch weiter wer einmal zum Drachen geworden ist dessen Seele kehrt nie wieder zurück aus diesem Grund gilt der Zauber als verboten zwar ist es die einzig bekannte Methode mit der man die Zeit überwinden könnte doch wozu sollte so eine Unsterblichkeit dienen wenn man nicht man selbst ist verzeih mir ich wünschte ich könnte dir helfen so kommen wir nicht weiter kann es sein doch Moment des Rätsels Lösung liegt vielleicht in dir selbst verborgen du musst nur jede Facette deiner Macht ergründen Sonja wird dir sicher gern dabei behilflich sein gut äh also 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 gewagte Theorie aber wir haben uns ja gefragt wie das Masterschwert wieder in diese Zeit gelangt ist das war ja bei Zelda und das Masterschwert steckt in diesem Weißdrachen den keiner kennt ist Zelda der Weißdrache was okay wir müssen den nächsten Film finden was also 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 das wäre ja wild also das wäre jetzt ja mal wirklich ein Plottwist den sie hier geschafft haben das wäre jetzt ja erstmal dass mich die Story überrascht aber es würde Sinn ergeben das ist der Drache der neu hier aufgetaucht ist den gab es vorher nicht was ey ich ich nehme auf ich kriege E-Mails Wahnsinn okay dann müssen wir jetzt dieses dieses Ding finden mit dem mit dem Dreieck vorne dran so ähnlich wie ein Dreieck sieht das aus okay dieses Ding ist vom Schloss aus südlich und dann gleich östlich also so südöstlich okay das haben wir glaube ich auch schon mal gesehen aber nicht angeguckt hoffe ich jetzt nicht dass ich jetzt wieder was ne hier hier irgendwo da da muss das sein ja doch ich weiß auch ja ja doch ich weiß auch genau ähm nee äh quatsch hier hier aber das ist genau das ist ähm da haben wir schon mal was gesehen hier haben wir schon mal eine Figur gesehen die haben sie nur nicht gemacht aber die kann ich von dem Turm aus kann ich die gut sehen okay Abflug yo jetzt bin ich jetzt bin ich baff ist Zelda der Drache ist sie so durch die Zeit zurückgereist und hat sie so uns das Masterschwert zurückgegeben alter das wäre ja wild das würde auch erklären warum Ganon so eine Fake Zelda hier rumlaufen lassen kann so genau das ist die Figur da unten seh ich von hier schon die richtige Träne wir haben uns das schon mal angeguckt und ich hab damals schon nix gefunden das weiß ich noch ne wir müssen ganz in die Luft Abflug Abflug so um die Figur geht's uns jetzt die ist halt wegen den wegen den Bäumen ist die so kritisch also auf der Seite scheint nix zu sein das sind halt jetzt Bäume wir müssen weiter rüber so seh ich jetzt schon mehr die Bäume sind halt schon ne aber auf der Seite ist schon mal nix so scheint es dann muss das schon irgendwo da sein wo die Bäume wahrscheinlich sind ja dann muss ich muss ich ja trotzdem das mir von unten angucken dann seh ich hier ausnahmsweise aus der Luft halt nix ja das ist alles aus das ist alles nix nee weiß jetzt nicht was ich davon halten soll nächstes mal fälle ich die Bäume erst das könnte es sein oder sah ein bisschen so aus oder ich bilde es mir ein aber wir werden es sehen ja gut ansonsten muss ich es dann suchen wenn es jetzt das nicht ist weil mehr sehe ich von hier oben halt auch nicht das sind halt Bäume ja also ich komme genau da runter wo ich hin will sieht gut aus nice äh doch nicht scheiße ach Mist es sah so gut aus okay dann muss ich ein bisschen rumgucken dann muss ich ein bisschen rumgucken ihr schreit wenn ihr was seht schreit einfach in die kommentare wahrscheinlich eher in die andere Richtung ne das ist ja dumm dass man die Figur nicht vernünftig sieht weil da die Bäume sind aber das soll wohl so gedacht sein okay da ist nix ich glaube den Krok habe ich in dem Feld sogar schon gefunden also den werde ich jetzt nicht noch explizit suchen ja das das sah gut aus ne aber das war es leider nicht es war leider keine von den gefüllten Tränen ja aber wie gesagt dann kann die nur in so einem unter so Bräumen sein sonst hätte ich sie ja von oben gesehen also muss ich halt jetzt mal die Bäume hier ablaufen aber das ist halt alles so fett das sieht alles so aus als ob das was sein könnte das ist auch doof ja die die sind hier richtig richtig fett geworden die Farben oje so aber jetzt bin ich wieder draußen und eigentlich müsste ich das ja aus der Luft gesehen haben na also würde ich fast vermuten dass ich nochmal hier reingucken muss in die Richtung oh das sieht gut aus oh Gott sei Dank ab dafür okay neuer Film jetzt bin ich gespannt ob man mehr zu der Drachenstory erfährt oder ob es in eine andere Richtung erstmal geht okay das hat nichts mit Drachen zu tun oh er plant seinen Überfall oder was zu der Zeit muss also noch Gerudo sein ja er plant okay Scar einfach ist ja wirklich König der Löwen das Schlucht ist jetzt Simba eine Valdora Herde nähert sich es sind so viele unzählig viele oder was sind Einzelgänger was geschieht hier ein bisschen Ja! B-B-B-E-N-A! Ja! 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 Kamehameha! Okay! Okay, Rao! Oh, übertreib. Ja, der gut funktioniert der Plan. Ein Mysterienstein der Sonau. Faszinierend. Okay. Also, das heißt jetzt, die haben nicht gecheckt, dass er das war, oder wie? Also, die wussten nicht, wo das herkommt, die haben das einfach nur abgewehrt. Und Ganondorf plant so im Hintergrund, dass er die Macht übernimmt. Ja, okay. Ja, okay. Weil er jetzt die Macht von denen haben will. Gut. Aber was soll jetzt dieses Symbol darstellen? Naja, ist ja wurscht. Ich erkenne da jetzt nämlich nicht so wirklich, was das darstellen soll. Egal. Nächstes Bild ist dieses, hier ist auch wieder so ein Ding. Ich kann nicht wirklich erkennen, was es ist, aber ich werde es wieder finden. So. Und zwar... Dachte ich mir zumindest. Ach doch, das ist das bei den Gerudo unten. Unten links. Oder? Ja. Ja. Ja, das ist das bei den Gerudo unten. Okay. Dann ab da hin. Dann weiß ich auch, wo das ist. Da kommen wir am besten, glaube ich, von hier aus hin. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht den Turm. Das war hier so in der Wand irgendwo, ne? Ich glaube, da kommen wir von da aus ganz gut hin. Ich glaube, da kommen wir ganz gut hin. Manche Gestrüppkugeln im Gerudo unten enthaltenen Gegenstände. Es könnte sich also lohnen, die Kugeln aufzuschlitzen. Oh, alles klar. Danke. Auch wenn ich nicht weiß, wer gefragt hat. So. Ja, ist das nicht genau? Genau, genau, na? Da nämlich. Und das ist ja auch wieder so an der Wand. Moment, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, das zu finden. Weil überall, wo ich hochklettern kann, kann ja nichts sein. Muss ich das trotzdem von der Luft aus hin, oder finde ich das auch so? Ich würde sagen, wir probieren es mal, oder? Ich denke, wir probieren es mal. Danke für das Wasser. Ja, es kann eigentlich nur da oben sein, weil hier sehe ich schon überhaupt nichts. Na? Da ist überhaupt gar nichts. Das kann eigentlich nur da oben sein. Na dann. Ja, ich habe keine Zeit für euch. Jetzt ist halt nur wieder das übliche Birth of the Wild Problem, äh, Tears of the Kingdom Problem. Lange Wege. Bin ich am Ende doch mit dem Turm schneller? Ach, was soll's. Komm, wir machen es über den Turm. Ist in Ordnung. Bis ich da wieder hochgeklettert bin. Bis ich da hochgeklettert bin. So. Ja, da ist es an der Wand. Aber was ist das? Irgend so ein... Weiß nicht, was das ist. Hand? Oder ein Typ? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Monster, auf jeden Fall. Aber wie sind diese Teile entstanden? Und wieso sehen wir dort eigentlich unsere... Unser Zeug? Man weiß es nicht so genau. So. Da. Aber das ist das, was ich gemeint habe. Das kann nur oben irgendwo sein. Okay. Ja, so geht's trotzdem am Ende schneller. So geht's am Ende viel schneller. Aber wie gesagt, woanders konnte es eigentlich nicht sein. Es musste da oben sein. So. Jetzt ist es fast weg. Was ist das denn? Ja, das ist schon eindeutig. Das ist schon mehr als eindeutig. Ja, wie... Aber, ja eben. Woanders kann es ja nicht sein. Du kannst ja nicht an der Wand die Erinnerung platzieren. Ja, okay. Also das... Da muss doch dann auch der Krog eigentlich recht einfach zu finden sein. Eigentlich. Wenn wir gleich mal hier oben gucken, ob wir hier schon den Krog finden. Das war nicht so gut. Ähm. Ich hab nicht auf meine Ausdauer geachtet. Kriege ich auf die Schnelle nochmal Ausdauer hin? Das war knapp. Okay. Gut. Gucken wir uns den nächsten Film an. Wahrscheinlich hat es auch einfach Zelda für uns hinterlassen. Man weiß es nicht so genau. Im Namen aller Gerudo bitte ich eure Hoheit... Oh. Ach, das ist der kniende Ganondorf, die Figur. Wir bitten darum, unter den Schirm des Königshauses zurückkehren zu dürfen, wenn ihr uns diese Gnade gewährt. Deine Demut ehrt dich, Ganondorf. Dein treueschwur an Hyrule sei hiermit anerkannt. Man sagt, nur alle hundert Jahre werde ein Gerudo männlichen Geschlechts geboren. Du warst dieser Auserwählte. Und von nun an wirst du unserem Reiche dienen. Hyrule kann sich glücklich schätzen. Hoheit, ihr schmeichelt mir. Euer Volk, die Sonau, kam einst von den Himmeln zu uns herabgestiegen. Man sagt, sie sollen die Gottheiten gewirkt haben. Und ihr, als einer ihrer Abkömmlinge, nahmt eine irdische Hyianerin zur Frau. So, so konntet ihr eure Herrschaft über die Grenzen eures Volkes hinaus ausdehnen. Respektabel. Dass nun trotz alledem vom edlen Volke der Sonau nur noch ihr und eure verehrte Schwester übrig sei. Dieser Umstand ist zutiefst bedauernswert. Der Frieden unserer Herrschaft wird heute und ewiglich bestehen. Meine begrenzten Tage wird er bei weitem überdauern. Wohl an, Ganondorf. Ich hege hohe Erwartungen an dich. Du darfst gehen. Sehr wohl. The Plot thickens. Aber kennt sie ihn nicht? Ich bin nicht Rauru. Ich bin nur unheilvolle Absichten. Tief im Herzen jenes Mannes. Zelda weiß gar nichts. Und auch sein, sein Name beunruhigt mich. Seine Bosheit ist mir nicht verborgen geblieben. Und genau aus diesem Grund habe ich ihm meine Hand gereicht und kann ihn besser im Auge behalten. Ja gut, wir sind nicht naiv, okay. Ja, das hatten wir schon gesehen, dass wir uns nicht sorgen müssen. Das klappt ja alles hervorragend dann, ne? Läuft alles dann genau nach Plan, aber nicht nach unserem. Okay. So, also, dann können wir auch wieder jetzt nachlesen, aber an sich haben wir es ja verstanden. Ja gut, Zelda kennt den Namen Ganondorf ja trotzdem nicht. Für Zelda ist ja diese... Wobei doch, die Verheerung Ganondorf, damit haben wir ja schon gehandelt. Und war das dann nicht vorher Ganondorf? Auch irgendwie so ein bisschen? I don't know. Finde ich jetzt noch einen schnellen Krog? Da hochkletter ich jetzt bestimmt nicht. Wenn hier auf der Ebene kein Krog ist, dann nicht. Dann nicht. Ja, also, wie gesagt, ne? An sich ist soweit erstmal alles klar, bis auf jetzt... Also, das mit dem Drachen ist halt... Wann geht das weiter? Wie viele Folgen muss ich jetzt wieder gucken, bis die Drachen-Story fortgeführt wird? Ja, wo soll denn der Krog sein? Der Rest ist doch hier einfach nur steiler ab. Das hier ist nochmal so ein bisschen... Ist da ein Stein? Ne. Aber okay, hier ist nochmal ein bisschen Platz für den Krog, theoretisch. So war auch nix. Okay, hier ist überall nochmal so ein bisschen Platz für den Krog. Aber so richtig... Scheint da auch nicht sich zu... Befinden... Ah, guck mal, nehm mal mit. Da ist ein Ballon. Batterie. Das ist alles cool. Bist du da... Ne, du bist kein Krog. Du bist so ein Viech. Äh, ja. Ne? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich finde die Krog-Steine bei den... Bei den... Büvendingern nicht. Das ist ärgerlich. Das sind eigentlich für mich sichere Krogs gewesen, Bären, dachte ich. Aber ich finde sie nicht. Ja gut, dann nicht. Okay. Einen Film machen wir noch. Einen Film machen wir noch. Dann schaffen wir in zwei Parts die Story durch. Ähm. Okay, das war der kniende Garnendorf. Ich verstehe. Dann ist das daneben wahrscheinlich irgend so eine Sonau-Figur. Vielleicht Sonja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist da so ein Kreis unten. Okay. Ähm. Und die Figur findet sich... Ach, gleich hier oben drüber. Gleich hier oben drüber. Okay. Gleich hier oben drüber. Also müsste ich von... Warte, das ist das Plateau, oder? Nee. Quatsch. Nee, das ist das Plateau. Aber wir haben hier keinen Turm. Das ist schlecht. Aber vielleicht sehe ich von dem Turm aus auch die Figur. Mal gucken. Mal gucken. Das müsste funktionieren. Das müsste funktionieren. Oder machen wir einfach einen extra langen Part und die komplette Story rein? Wollen wir so machen? Wie... Wie seht ihr das? Nee, ich glaube, es sind noch zu viele dafür. Ich glaube, dafür sind es noch ein bisschen zu viele. Nee, wir machen nach dem... Nach dem Film hier machen wir... Machen wir... Machen wir... Machen wir... Machen wir Schluss. So, also das muss jetzt... Ja, so irgendwo hier so... Ich sehe noch gar nichts. Ich sehe noch gar nichts von der Figur. Das ist schlecht. Da! Figur gefunden. Figur gefunden. Okay, die ist jetzt aber sehr clean, die Figur. Die Figur ist sehr clean. Also noch kann ich nicht erkennen, welche von den Tränen dann offen ist. Aber die Figur ist sehr clean. Was ist denn das immer für... Für einen Effekt? Hä, ist schon wieder der Drache hier, weil die Musik läuft? Ah, lol. Aber ist... Moment, ist das jetzt wieder Zelda-Drache? Also vermutet... Vermutet das Zelda-Drache? Ja, ist es. Okay. Alles klar. Okay, ich muss auf meine Ausdauer mehr achten. So, sehe ich jetzt ein bisschen mehr. Ja, ich sehe schon ein paar... Hier könnte was sein. Das sieht nach einer vollen Träne aus. Ja, doch. Doch, das wird die sein. Dann laufen wir aber von vorne hin. Nur Angst, dass ich wieder gleich hier runtersegel komplett. Okay, warte, wir landen hier zwischen. Soviel dazu, da ist was drin. Und dann gehen wir da rüber. Okay, alles klar. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig in dem Gebiet, oder? Wo genau ist denn das jetzt? Da ist ein Schrein. Okay, wenn wir hier fertig sind, gehen wir zu dem Schrein und hören dort auf. Und dann machen wir den Schrein nächstes Mal als Einstieg. Ja. Das sind auch wieder ein bisschen Schreine hier machen. Da ist der Krog. Guck mal, den haben wir jetzt diesmal sofort gefunden. Sehr gut. Immerhin, den haben wir gleich. Jo. Nice. So, und wo ist jetzt das Ding, was ich halt... Äh... Nein. Ah, hier direkt vor mir. Ja, und damit liege ich auch goldrichtig. Sehr schön. Perfekt. Okay, let's go. Jetzt bin ich gespannt, ob wir weiter Drachen-Story machen oder Ganondorf-Story. Oder noch eine neue Story öffnen. Aber ich glaube, so viele Filme haben wir auch nicht mehr vor uns. Das kann ich auch. Was machst du? Bist du in Gedanken ganz woanders? Ach, Verzeihung. Ich denke nur andauernd über meine Rückkehr nach. In meine eigene Zeit. Wenn ich bloß lernen könnte, einfach genauso wie ihr über die Zeit zu gebieten, dann wäre ich schon erheblich weiter. Mal sehen. Für mich ist es, als würden in allen Dingen Erinnerungen stecken, die ich spüre. Und wenn sich ein Objekt erinnert, wo es einmal war, brauche ich ihm nur noch dorthin zurückzuhelfen. Erinnerungen, sagt ihr? Nur Geduld. Du verstehst sicher bald, was ich meine und findest dann einen Weg nach Hause. Aber Zelda, ich habe das Gefühl, dich bedrückt noch etwas anderes. Ach. Du willst zurück in deine Zeit, ganz klar. Doch uns hier zu helfen, ist dir mindestens genauso wichtig. Oder? Wie habt ihr... Vor Sonja ein Geheimnis zu bewahren, ist noch niemandem gelungen. Es ist gewiss sehr nett, dass du dich um uns sorgst, Zelda. Aber vielleicht solltest du dich auf deine Zeit konzentrieren. Du allein besitzt nicht nur Herrschaft über die Zeit, sondern auch die Fähigkeit, dämonische Mächte zu bannen. Du bist verpflichtet, sie zum Schutz deiner eigenen Zeit einzusetzen. Königin Sonja! Und auch dein Link wartet doch ganz gewiss schon auf deine Rückkehr. Na nun? Darf man fragen, wer dieser Link ist? Link ist ein Held aus meiner Zeit. Er hat mich und Hyrule vor einer abgrundtief bösen Macht gerettet. Am Anfang, da war er nur ein ganz gewöhnlicher Ritter, der mir als Leibwächter zugeteilt war. Oh. Aber dann bekam er Plot-Armor. Link ist der standhafteste und furchtloseste Recke, den es je gegeben hat. Ja. Er ist so stark. Und ein gutes Herz hat er noch dazu. Hm. Du scheinst ja große Stücke auf ihn zu halten. Wenn man dich so über ihn sprechen hört, bekommt man direkt Lust, ihn kennenzulernen. Allerdings. Das würde mich auch freuen. Ritterlich und voller Edelmut. Mach uns doch nicht so neugierig, Zelda. Okay, das war die berühmte Filler-Episode. Jetzt ist halt effektiv nichts passiert. Okay. Gut, ja. Als ich gefragt habe, welches von den Storys fortgesetzt wird, hatte ich nicht. Gar keine auf dem Schirm. Als Antwortmöglichkeit. Ist in Ordnung. So. Ja, wie gesagt. Ich möchte den Schrein da unten gerade auslösen. Dass wir auch mal wieder ein bisschen Schreine machen. Aber die machen wir dann beim nächsten Mal. Ich löse ihn nur schnell aus. Ich weiß gar nicht, wo genau wir hier sind. Wo sind wir hier? Irgendwo dazwischen geruht. Ach, da. Hier ist der, der Dings. Nee. Ich wollte sagen, der Satori-Berg war wieder nix. Wo ist denn der Satori-Berg? Ist er nicht auch? Ach, hier ist der. Okay. Aber hier war ich nicht ganz richtig gedanklich. Aber macht nichts. Ist das denn jetzt hier einfach ein Schrein? Ist hier irgendwas Wichtiges? Warum sind da so viele Haken? Ach. Okay. Okay. Dann fangen wir mit dem Kollegen an. So. Das ist komplett. Hat gar keinen Stand. So. Überhaupt nicht. Okay. Das ist schlecht. Dass es gar keinen Stand hat, ist schlecht. Und wir haben auch keinen Stab, den ich da... Okay. Das wird ja sehr interessant. Dann fangen wir mal an. So. Dann fangen wir mal an. Moment mal. Moment mal. Kann ich den Haken so setzen? Mein Gott. Kann ich den Haken so setzen, dass es einfach da... Nee, das hätte... Was sollen denn die Haken hier? Ach so. Ah. Ja, dann lass doch mal los, Kollege. Easy. Sehr schön. Wenn das mal nicht sogar die Intended Solution gewesen ist. Sehr gut. Gib mir Essen. Und Geld. Ja. Ja. Danke dafür. Gut. Ciao. So. Und wir gehen jetzt noch schnell zum Schreien. Und dann schließen wir ab. Ist doch wieder die Stunde geworden. Was ist denn jetzt los? Ach so ein Ba... Oh mein Gott. Ja. Obwohl hier sind ja überall welche. Ach, jetzt komme ich da wieder nicht hin. So. So. Prima. Okay. Da gehen wir nächstes Mal rein. Danke fürs Zuschauen. Und Tschüss.